Fans spekulieren, sind Karo Dauer-Tommy Schmidt getrennt? Sind die beiden noch ein Paar? Vor gut zwei Jahren kamen die ersten Gerüchte auf, dass Karo Dauer, 27, und Tommy Schmidt sich daten. Mit den ersten Berchenaufnahmen Anfang letzten Jahres bestätigten der Podcaster und die Influencerin dann ihre Beziehung. Immer wieder gewährten sie kleine Einblicke, doch versuchten weitestgehend, ihre Liebe aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Doch nun gab es lange nichts mehr von den beiden zu sehen, sind Karo und Tommy etwa getrennt? Auf Instagram blieb es in den vergangenen Wochen eher still, was Perchenpeach angeht. Zwar folgen sich die beiden noch gegenseitig, doch leaken auch keine Beiträge mehr des anderen. Das lässt Fans allmählich aufhorchen. Wo ist Tommy oder, dein Freund ist nicht dabei? Wo ist er denn? Kommentierten unter anderem neugierige Fans unter Karos neuesten Beiträgen. In denen sie vor allem mit ihren Eltern oder mit anderen Freunden zu sehen ist. Zuletzt verbrachten der TV-Moderator und seine Freundin im August einen romantischen Urlaub in der Sonne. Wenige Wochen zuvor widmete die Beauty ihm noch liebe Worte im Netz, zu einem Bild. Auf dem Tommy hinter ihr steht, schrieb Karo, ich stehe immer hinter dir, und verzückte damit ihre Fans.